Na gut, dann geht es auch schon in Gruppe D. Ja, die zwei Neuen haben Schwung reingebracht, kann man sagen. In Gruppe D zu Real Madrid gegen die Bayern. Und dann haben wir auch in dieser Gruppe Frankfurt, Manchester United, Krakau, Napoli, Celtic und Al-Hilal. Ja, und das ist auch gleichzeitig die erste Mannschaft, wo ein Trainer eingreift, quasi. Ja, und das ist auch ein Trainer. Ja, und das ist auch ein Trainer. Na gut, man schaut, ob es hier in Gruppe D machen kann. Ja, und das ist auch ein Trainer. schön aussteigen lassen wir haben euch noch verletzt, Asensio verletzt sich und muss da schon früh gewechselt werden ja das ist natürlich bitter ja das ist der neue die 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 kurz war aber das ist doppelbitter Ich hab mich fix gedacht, dass der drin ist. Gut, aber er wäre wahrscheinlich trotzdem das Tor gegeben worden, oder? Wenn er drin gewesen wäre. Nee, aber ich bin nur hingehutscht, sollte ich ihn vielleicht noch erwischen, weißt du? Ach so. Ja, der zweite Taktischerwechsel ist natürlich jetzt weh. Nummer 9, Robert Lovendowski. Alter. Alter. Bill. Er kommt da gleich zweimal ran. Ja. Da darf er nochmal. Falls du gerade zuschaust, Chrissy, danke für das Abo. Bleib dran. Ja. 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 Das ist die USA nach der Bahnie im hop hoping zu kommen. Ja. 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 ươngötig Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der so ein Laufweg macht, sonst hätte ich dem nicht mehr gepasst. Ich dachte, er geht mehr weiter außen. Jetzt hätte ich gleich abgeschlossen. Das hätte ich wieder ändern können. Aber trotzdem schön gespielt. Bayern für 2 zu 1. Ja, man kann ja trotzdem gleich qualität, Unterschied einfach. So lassen wir es so. Ich glaube, bei einem Seitenwechsel, generell Ballwechsel, drüber lupfen und so, merkt man schon einen groben Unterschied. Ja, einfach die Klasse der Spieler. Oh, der war schön. Der war sehr schön. Und der Wendowski schießt sich hier mal mit zwei Treffern ein, wenn man siehst. Sehr gut. Sehr gut. Ja, bitte natürlich die rote Karte für Real. Jungs. 3-2-1. Nr. 9. Robert Bratendowski. zu viel und von einem von jetzt Oh, schön. Rammerz. Das war jetzt ein bisschen bit up. Ich habe gedacht, ich stelle mal so ein Scheiß, probiere es mal. Ja, das weiß man. Ja, das war jetzt. Ja, das war jetzt. Ja, viele Tore aber hier in Japan, oder? Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, ich verbrauche gleich mal den letzten Wechsel. Auch den habe ich als einen meiner drei Transfers gemacht. Ja, man bleibt hier dabei unverändert. Ja, das war jetzt. Oh mein Gott, da ist alles frei. Das war die Lücke. Wahnsinn. Spiele hier auf jeden Fall. Jupp. 3 zu 3. Zlatan Ibrahimovic. Oh. 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 Ne, das war nichts. Ne, das war nichts. Oh. Oh. Ernsthaft? Oh. 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 Oh, Alter. Was wollt ihr jetzt haben? Und da ist es? Ja, da hat sich eine Kombination gefunden davon. Die IBA-Bail. Ja, Wahnsinnsmensch auf jeden Fall. Trotzdem 3 zu 3. Ja, auch hier in der Gruppe warten immer noch aktueller wie Manchester United. Die Napoli, Frankfurt. Zeltik, alles auf Kaliber, Mannschaften. Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte dich positiv machen. Okay. Boah, schön, Knabbel. Boah. 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 Boah, Somewhere. Boah. Oh, schade. Ja, aber auch hier hat das ganze Schwung klein gebracht wieder. Oh, da war es zu viele. Und, und, und. Ja, wir haben auch so gute Akzente gesetzt. Eigentlich. Da war jetzt bitte ein bisschen Glück dabei. Ja, Lewandowski im Best-Von, drei Treffer, einer Sie ist an allem Vier-Tonnen gefeiert. Und, 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 und. Und, 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 und. Das ist eine gute Idee. Lassen wir mit den... Naja, laufen lassen nicht, sonst wären wir vielleicht rausgekommen. Okay, hat sich erledigt. Ja, bleibt dran, Leitl, wir haben jetzt noch was zu brechen. Ja. So, ja.